Ein großer Tag für Christobal. Nach alter Inka-Tradition wird dem 9-Jährigen ein neugeborenes Alpaka-Fohlen anvertraut. Die Geburt steht kurz bevor. Karges Land, dünne Luft, 5000 Meter Höhe. Das ist die Heimat des 9-Jährigen Christobal und seines Vaters. Das ist die Heimat des 9-Jährigen Christobal. Kapitel. Das ist der sie zu Always Gidë. Kapitel. Pun Grund. Wir 빨리 unterrichten Seward. Auf Viel completing Ein Famer. Musik Musik Musik